ja herzlich willkommen hier zurück bei call of duty modern warfare ruft der pflicht die pflicht ruft also wir sind mal wieder in london unterwegs und ich hoffe mal bloß das hat nicht so chaotisch abläuft wie im zweiten teil wo wir schon in london waren als polizist ich muss erstmal gucken hier das sieht so geil aus das flair und das ambiente das ist hammer gut ja pflicht ruft sind ja nicht zum spaß hier okay wer macht die tür auf ich oder wer das fenster fenster alles klar nimm die leiter welche leiter f wir haben eine leiter dabei und eine pistole mit schalldämpfer und sind in der küche still schicke küche sicher muss das schon sein nicht schick klatsch k r wieso steck zur ersten Etage. Feind getroffen. Ziele hinter der Tür. Nein! Siehsel! Zwei Ziele ausgeschaltet. Bestätigt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Erste Etage gesichert. Mir nach. Boi. Hätte ja auch ins Auge gehen können, der hat sich im Klo versteckt. Sau eine Pfeife. So, das stellen wir nochmal sicher. Treffen an der Treppe. Okay. Bravo 6, gehen in die zweite Etage. Das ist noch eine Etage. Vor der Tür! Granate da rein. 3-1, schnell hier rauf. Roger, komme. Rein da, los! Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. nochmal. Nochmal. 3-1, schnell hier rauf. Roger, komme. Rein da, los! Sicher den Raum! Schlafzimmer sichern. Etage sichern. Boah, jetzt wird er nicht so hochbrug hier. Etage gesichert. Treffpunkt, Treppe. Treffen an der Treppe, los! Einer hat es erwischt. Bravo 6, übernehmen die dritte Etage. Da schreit irgendwo ein Baby. Geziert, der Schüsse. Herr Hoffenwatt. Hände auf, los! Nicht bewegen! Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Nicht bewegen! Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein hier. Versichern wir die letzte Etage. ! Schnapp sie möglichst lebend! Sie überräumen, Sergeant. Runter, sofort runter! Nicht schießen, bitte! Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Ich sagte Stopp! Also ich hab's nicht erschrocken. Alle Teams, Gebäude sicher. Extraktion starten. Wir starten, Bus. Roger. Durchsuchen, Sergeant. Irgendwas ist hier. So eine Scheiße. Sie wollte nach einem Zünder greifen. Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet. War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten. Wir kennen die Position des Wolfs. Der Dachboden des Al-Katala-Gebäudes war eine Goldmine. Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden. Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramasar-Krankenhaus in Ur-Sextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Al-Katala verschanzt hat. Da war schon wieder so ein Hänger. Immer bei Videos. ... rückt ein Marine-Bodentruch zum Komplex vor. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. Meine Soldaten sagen mir, sie sind im Krankenhaus. Al-Qahtal an uns Zivilisten als menschliche Schilde. Sie beschützen jemanden. Oder etwas. Finden wir es raus. Alles ruhig, Schwester. Hadir ist mein bester Schütze. Du kannst ihm vertrauen. All meinen Leuten. Die Marines wollen ihr Pfund Fleisch. Sie haben das Kommando. Ich sagte, wir helfen euch. Und du hältst dein Wort. Das ist nicht der Grund, dass ich das mache. Die Invasoren meines Landes haben keine Achtung vor dem Leben. Das Gas tötet alles. Sogar unser Essen. Wer so etwas tut, ist mein Feind. Keine Ausnahme? Keine. Al-Qahtala hat mein Volk in Verruf gebracht. Und wir bezahlen teuer für ihre Verbrechen. Ich will den Wolf bestrafen. Du wirst dabei sein, wenn wir ihn preis übergeben. Und du? Wohin gehst du nach all dem? Was sagen die mir? Du hast keine Wahl? Nicht wirklich. Geh schlafen. Morgen wird wichtig. Und was ist mit euch? Wir sind hier bis Sonnenaufgang. Ich übernehme die Ecke. Wir müssen zum Ende der Straße. Halber Kilometer. Ich lauf mit den Marines. Echo 3-1. Sergeant Gregs. Immer. Mann mich Alex. Keine Einheimischen. Oh, was hat man da? Hässliches. Hast du Karim? Immer. Eine hässliche Bildstörung. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Schriftwerk. Kriegen wir los, Alex. Nehmen doch's. Bringt wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden. Verfickter Scheiße. Ihr kennt das Spielchen. Auf geht's. Immer schön. Eine Mission. Ein Film. Und wir haben hier das Ende von der Folge erreicht. Der Cliffhanger ist klar für die nächste Folge. Und ich sage danke für euer Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.